hallo herzlich willkommen zu meinem neuen video in dem video möchte ich euch zeigen wie man die selber machen kann ihr könnt hier mein selbst gemachtes ghi sehen man nennt es auch butterschmalz ich habe ja auch butter dafür selber hergestellt also auch aus selbst gemachter butter das gina hergestellt im nachfolgenden video möchte ich euch jetzt zeigen wie das ganze funktioniert um das ghi herzustellen brauchen wir eigentlich nichts weiteres erstmal als nur butter ich habe hier ganz frische butter die habe ich auch selbst zubereitet wenn ihr sehen möchtet wie man butter selber herstellen könnt klickt auf dem link der jetzt hier oben im video erscheint da zeige ich euch das ganze und wir kommen jetzt hier wieder zum ghi ich zeige euch jetzt wie ich aus der butter hier ghi mache dazu gebe ich die butter einfach in einen topf hinein und das ganze müssen wir jetzt erstmal für eine weile erhitzen also die butter richtig flüssig machen der topf ist schon warm ihr könnt schon sehen die butter wird jetzt schon etwas weich das ganze sollte nicht ganz so schnell erhitzt werden damit die butter im topf nicht anbrennt wenn die butter dann komplett geschmolzen ist den topf auf mittlerer stufe weiter köcheln lassen und ihr könnt jetzt schon sehen dass ich hier das eiweiß absetzt von unserer butter und nur noch butterfett über bleibt und das müssen wir jetzt gelegentlich abschöpfen das ganze müssen wir so lange machen bis ja kein schaum mehr über bleibt wirklich nur noch das reine butterfett da ist das ganze ist etwas zeitintensiv und auch aufwendig da braucht ihr also ein bisschen geduld das ganze dauert wie gesagt ein wenig der vorgang muss auch mehrfach wiederholt werden das heißt es reicht also nicht wenn ich es jetzt einmal abgeschöpft habe dass ich dann fertig bin sondern wie gesagt der vorgang muss mehrfach wiederholt werden nachdem wir jetzt das erste mal den schaum abgeschöpft haben mit dem löffel lassen wir das ganze weiterhin bei mittlerer hitze ein bisschen köcheln gelegentlich umrühren aufpassen dass halt unser fett oder unsere butter hier im topf nicht anbrennt da das sonst unbrauchbar wird oder auch wirklich nicht mehr gut schmeckt und ja wenn wir das jetzt köcheln lassen ihr könnt das schon wieder sehen hier entsteht schon wieder neuer schaum auch den müssen wir dann gleich natürlich wieder abschöpfen ja ich bin jetzt ungefähr schon eine viertel stunde vielleicht fast 20 minuten dabei mit rühren und köcheln ich habe jetzt schon dreimal das eiweiß oder den schaum abgeschöpft hier aus meiner butter oder von meinem werden die das brauchte übrigens nicht wegschmeißen den schaum den könnt ihr noch zum braten verwenden also das braucht man nicht entsorgen und ja so langsam bildet sich jetzt kein neuer schaum mehr das heißt es müsste jetzt fertig sein und ich kann das ganze dann in ein geeignetes gefäß umfüllen und dann ja auskühlen lassen als behälter nämlich ein ganz normales einmachglas ich habe hier mit dem gummiband ein zebertuch oder eine küchenrolle drum gewickelt das ganze dient jetzt noch mal als filter um so ein bisschen die ja leichten dunklen stückchen hier auch raus zu filtern und auch vielleicht noch mal um den letzten ja eiweiß schaum auch raus zu filtern ich werde das ganze jetzt hier abkippen filtern und danach muss das ganze dann halt nur noch auskühlen mein ghi ist jetzt durchgelaufen in das einmachglas das ist die ausbeute das ganze ist jetzt natürlich noch flüssig ich mache jetzt deckel drauf dass das erstmal so bei zimmertemperatur abkühlen danach kommt das ganze dann im kühlschrank und ab dann ist es auch für den verzehr geeignet ja ich hoffe euch hat mein video gefallen wenn ja lasten daumen nach oben da abonniert mein kanal und dann sehen wir uns nächsten video wieder bis dahin